Es wird oft gerne so benutzt, aber das ist nicht, was wir hier vorfinden. Wenn man mit Muslimen über die Frage spricht, ob Jesus in der Bibel als Gott dargestellt wird, dann kommt schnell eine Passage auf, eben gleiches auch für Zeugen Jehovas und Onitaria. Und zwar wird dann immer Lukas 18 genommen, ab Vers 18, und da wird dann behauptet, hier behauptet Jesus ganz klar, dass er nicht Gott ist. Er lehnt es ab, diese Behauptung, und sagt hier ganz klar, das bin ich nicht. Deswegen lesen wir mal und schauen wir mal, was da drin steht. Jesus wurde von einem angesehenen und reichen Mann gefragt. Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb denkst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wie jetzt hier argumentiert wird, ist natürlich ganz einfach. Und zwar, es wird gesagt, Jesus sagt, es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Und jetzt fragt er eben diese Leute, warum nennst du mich gut? Ich bin nicht Gott. Warum nennst du mich dann gut? Lass das. Es wird teilweise auch sogar falsch wiedergegeben und wird gesagt, nenn mich nicht gut. Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Das ist natürlich nicht, was hier steht. Es wird gefragt hier von Jesus, weshalb nennst du mich gut? Um uns das Ganze nochmal im Besten besser einzuprägen, würde ich sagen, gucken wir uns mal die Parallelstellen dazu in Markus und Matthäus an. Denn das ist in allen drei synoptischen Evangelien vorhanden. In Markus steht es ziemlich ähnlich. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Und dann wieder ebenso, genauso wie in Lukas. Und dann jetzt einmal in Matthäus. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus, Lera, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du Gottes Gebote befolgst. Hier sehen wir also die Frage schon mal ein bisschen anders gestellt von Jesus, und zwar, wieso fragst du mich nach dem Guten? Und diese Formulierung der Frage, denke ich, kommt auch schon ein bisschen näher an die Tatsache, was hier überhaupt gemeint ist von Jesus. Denn bedeutet das wirklich, so wie es jetzt hier in Lukas oder Markus immer rangezogen wird, dann teilweise von Muslimen zum Beispiel sehr oft, dass es wirklich bedeutet, Jesus sagt, ey, es gibt nur Gott, der gut ist, und ich bin das nicht, also nenn mich nicht so, ja? Don't call me good, nenn mich nicht gut. Heißt es das hier wirklich? Nein, das heißt es nicht. Jesus stellt hier eine Frage. Jesus stellt die Frage, weshalb nennst du mich gut? Und ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich diese Frage auch ursprünglich so der Fall war, weil es gehen die meisten ja davon aus, dass Markus wirklich das Ursprüngliche, also die erste Schrift war, die geschrieben wurde, und Matthäus und Lukas darauf aufbauen, beziehungsweise das als Grundlage, als Quelle genutzt haben. Dadurch, dass Matthäus jetzt hier das ein bisschen anders beschreibt, wir gehen ja davon aus, dass Matthäus als Apostel selbst Augenzeuge war, deswegen denke ich, dass Matthäus schon ganz gut wusste, was hier jetzt der Jesus gesagt hat, und deswegen gehe ich schon eher mit der Interpretation mit, und mit der Weise, wie er es hier sagt. Ich glaube zwar, es wurde eher so gesagt, wie es in Markus und Lukas steht, aber es ist eben nicht so gemeint, dass Jesus hier wirklich sagt, nenn mich nicht so, sondern er fragt danach, warum nennst du mich so? Denn dadurch, dass Jesus hier erklärt, dass es nur einen gibt, der gut ist, ist die Frage, woher weiß dieser junge Mann denn, dass Jesus gut ist? Ja, was ist der Grund, warum er ihn gut nennt? Er muss den Grund dafür haben, und unter der Prämisse, dass es nur einen gibt, der gut ist, und das ist Gott, müsste ja dieser junge Mann Jesus als Gott wahrnehmen. Deswegen fragt Jesus eben ihn, warum nennst du mich denn gut? Denkst du, dass ich Gott bin? Ja, diese Frage stellt er natürlich jetzt nicht explizit, aber das ist, was er damit meint. Und so sehen wir es eben auch in Matthäus. Wieso fragst du mich nach dem Guten? Ja, also was ist der Grund, warum du jetzt mich deiner fragst? Denn es gibt ja nur einen Guten, und das ist eben Gott. Deswegen, was genau ist jetzt dein Grund, dass du mich deiner fragst? Das ist, was Jesus damit meint. Und Jesus sagt eben hier nicht, dass er nicht gut ist. Er sagt nicht, dass er nicht Gott ist. Er bestreitet nichts davon ab. Es wird oft gerne so benutzt von Leuten, die die Göttlichkeit von Jesus abstreiten wollen, aber das ist nicht, was wir hier vorfinden. Wenn das hier das erste Video ist, was du auf diesem Kanal siehst, vergiss auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.